Warte mal, zurück. Ich glaub, das Vieh greift mit Magie an, deswegen lass ich's einfach. So, Nina ist dran. Rütteln wir den mal direkt durch. Ups, 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 nein, stopp, stopp! Shit. Holy shit. Vielleicht mit ihr ja sowieso nix machen kann. Fall back. Ja, das Problem ist, ich hab jetzt die Magiestärke von dem Vieh verschillt. Lässt jetzt Blitz ein, anstatt Rütteln. Und Blitz tut weh! Hey, Todesboote mit freundlichen Grüßen aus der Helle. Und noch ein Todesbooten. So, nachdem wir das geklärt haben, kriegst du nochmal ein Schneide-Dich. Und zu Ben. Und jetzt ist unsere Scharfschützchen dran und er sollte dich jetzt erledigen. Oder auch nicht. Hä? Scheiß, ich muss mal die Sachen nochmal neu anlegen. Irgendwas stimmt da nicht. Profil. Ähm, Gegenstände klauen. Magieverstärker. Ich kann Rütteln klauen. Und ich kann eine Waffe... Ne, er lässt roten. Schaden mit... 200 Feuer. Okay. Zug beenden. Wer ist dran? Nina. Nina verzieht sich ganz weit weg. Schon wieder Blitz. Egal, jetzt ist er tot. Das hat mich eine Menge Leben gekostet. Ein verdammtes Mist hier. Und er hat eine Waffe getrocknet. Okay, ähm, Gegenstände verwenden. Heilt jetzt. Heilen, heilen, heilen. Oh Mann. So, hier kann ich glaube ich nicht durch. Hinweis, du kannst nicht durch diese Tür gehen. Wahrscheinlich fehlt mir der ID weiter dazu. 80 Zenni. Haugentropfen. Nehme ich mal. Ich habe ja noch Platz im Eventar. Aber warte mal. Gegenstände sortieren. Ja. So. Ach, scheiß, bin hier schon wieder fast voll. Äh. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Hm, hm. Who let the frogs out? Ähm. 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 Wie ich hier voll nicht drauf klarkomme. Hm. Wisst ihr was? Ich mache hier erstmal Pause. Und gucken wir an, wie man hier weiterkommt. Und dann sehen wir uns wieder bei Let's Pray. Braid of Fire. Ich bin euer IC. Wir sehen uns. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Let's Play. Braid of Fire. Dragon Quarter. Ich bin euer IC. Und begleite euch durch diese Spielwelt. Juhu. So, mal gucken. Was gibt's hier? Nichts. Nothing. Hier ist eine D-Tür. Da können wir nicht durch. Zugriff verweigert. Nein. Ihr Schweine. Ja, aber soll's. Gucken wir mal, was hier ist. Keine Gegner. Hm. Aber mani. Hilfmittel. Verwirrpels. Hm. Hm. Was gibt's hier so? Was gibt's hier so? Hedge-Status hier. Also. Ablegen. Ablegen. Dafür habe ich das Multimedizin-Zeug mit. Mit verwirrpels. Ja gut, den behalte ich erst mal. Ähm. Und wieder zurück. Dab, tada, tada, tada. Oh, tut mir leid, dass ich zwischendurch immer schneide, aber... Ich muss euch nicht antun, wie ich hier hin- und herlaufe. Für absolut nichts. Okay, und jetzt geht's hier lang. Und runter. Oh, nach oben. Ups. Egal, dann eben nach oben. So, mal gucken, was uns hier erwartet. Immer schön in die Ecke gucken. Wir spielen ja Braid of Fire. So, mal eben die Karte anschauen. Hm, hm, hm. Gut, dann sehen wir uns erst mal in den Räumen. Ist hier ein Gegner? Würde ich eigentlich frischlöschen? Ne, ich hab nur noch den Fabiapilz. Magie-Verstärker. Gut. Hm. Und jetzt komm ich nicht in den Raum da. Okay. Dab, 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 dab. Okay, was erwarten wir uns diesmal für ein grässliches Monster? Ach, du Schande. Ich muss dir ja fragen. So. Todesboote. Und nochmal Todesboote. So, dann kann ich auch mit ihm da stehen bleiben, denn die Viecher waren ganz komisch. Ich versuch's mal jetzt mit einem Rütteln. Mal gucken, was passiert. Nichts. Okay. Dann machen wir weiter, Rütteln. Ich meine, das Viech macht gleich irgendeine Magieattacke. Und je nachdem, welche Magieattacke ist, kann ich es mit der anderen Magieattacke nicht angreifen. Okay, beenden. Rio, wieder mal. Einmal Todesboote, einmal schneiden. Das übliche Programm. Mann, bist du ein hässliches Mistvieh. Ähm, zack, zack, zack. So, Zug beenden. Linn. Ähm. Wie ging das? Ah, hier, Profil. Machen wir mal. Hm. Schätze. GP-Bonus, 3-1-Droppen und... Plus 2 irgendwas. Aha. 150% Schaden mit Feuer, aber leider habe ich keine Feuerzauber. Hm. Ups, ich habe vergessen, die Waffe zu belegen. Na toll. Ähm, so, nochmal heben. Zu beenden. Was macht das mit jetzt? Nicht gut. Boah, was. Und dann darf das Vieh nochmal. Ich glaube, es hat. Okay, ähm... Rütteln. Irgendwie macht das nicht wirklich Schaden, stelle ich gerade fest. Okay, ich verziehe mich mit Nina einfach mal, würde ich sagen. Okay, äh, was machen wir mit dir? Gegenstände? Heilcat. Mein Mann, äh... Ich sagte, du... Ähm... Du sollst mal AP laden, so. Hm. Hm. Hier kommt Schaden, was den Scheiß. War gar kein Schaden, will ich mich verarschen. Nicht gut. Gar nicht gut. Ach du Scheiße, wenn er jetzt nochmal zuschlägt, dann... Oh, zum Glück ist Nina da ein Gegenstand, weil er ein Hunderter brauchst, der macht. Ganz dringend ein Hunderter. Okay, wer ich mit ihnen ja eh nicht machen kann. Warten. So, du... Machst jetzt mal Kombo. Vertikal-Heap. Wilder Heap. Todesboote. Nochmal Todesboote. Wieso ist das Vieh wieder vollgeladen? Ich glaube, ich kriege einen Anfall hier. Und ich mache ihn kaum Schaden. Äh... Gar nicht gut. Ähm... Irgendwie komme ich mir gerade ein bisschen verarscht. Kann ich das Vieh überhaupt besiegen? Ähm... Die Angreifung bringt dir nichts zu binden. So... Ne, mir bleibt nichts anderes üblich außer RP zusammen und lange Kombos zu machen. Max... Hallo? Irgendwie wird das Vieh von Runde zu Runde stärker. Okay, Leute. Ich kann das Vieh nicht besiegen. Ich schneide mal hier. Wir sehen. Und wenn ich... Klüger bin. ...d Foi schoalter. Auf dem einเรit finde ich mir amartziell. Scho conclusivi... Ich binantly da... Ich bin sehr gut. Ich bin voll da Arbeit. ...